Ein Vierbeiner auf dem Motorroller. Das kuriose Video wurde in Thailand aufgenommen. Der Hund ist allerdings nicht im Begriff gleich loszufahren, er wartet auf sein Herrchen. Geduldig und gehorsam. Die Bikerpose sorgt trotzdem für jede Menge Lacher, auch im Internet, wo der Clip zu sehen ist. Ich habe nichts zu tun. Hallo? Hallo? Ich habe einen Lachen. Ich habe einen Lachen. Ich habe einen Lachen.